Die Gunst der Stunde und bringt das knappe Badekleid erfolgreich auf den Markt. Beim Anblick einer Bikini-Schönheit denkt kaum jemand an die Ereignisse vom Südsee-Atoll. Die Pagou auf dem Weg ins Zentrum der Geisterflotte auf dem Meeresgrund. Dorthin, wo nach den Bombentests die Belastung am höchsten gewesen sein muss. Dr. Klaus Bunnenberg will anhand von Sedimentproben prüfen, ob das Terrain rund um die Wracks noch immer verstrahlt ist. Der ferngesteuerte Tauchroboter übernimmt die Arbeit unter Wasser. Ist das Vehikel erst einmal richtig positioniert, lassen sich die Greifarme des Hightech-Geräts vom U-Boot aus mühelos manövrieren. Das Augenmerk der Forscher richtet sich auf Spuren von radioaktivem Plutonium. Das giftige Schwermetall überdauert Jahrtausende, denn es ist nicht wasserlöslich. Schon geringe Dosen können bei Mensch und Tier zu tödlichen Erkrankungen führen. Ursprünglich muss nach den Versuchen hier eine sehr intensive Kontamination stattgefunden haben. Der Fallout nach den Versuchen hat sich auf die Wasseroberfläche gelegt und ist dann langsam ins Sediment abgesunken. Das ist nun schon 60 Jahre her und seitdem hat sicher die Meeresströmung sehr viel Aktivität verteilt und ausgewaschen. Aber wir können nicht ganz sicher sein und sollten deswegen hier Proben entnehmen, um dann im Labor zu analysieren, was wirklich noch im Sediment vorhanden ist. Bunnenbergs Probe stammt von einer Stelle, an der die Amerikaner damals die erste Unterwasserbombe der Welt zündeten. Drei Wochen nach der Niederlage beschließen die Generäle, das zweite Experiment durchzuführen. Doch dieses Mal ändern sie die Strategie. Die nächste Atombombe, so der Plan, fällt nicht vom Himmel, sondern wird direkt unter dem Zielschiff platziert. Eine Methode mit Aussicht auf Erfolg, wie das Militär hofft. In einem Behälter aus Stahl und Zement wird die Baker-Bombe 30 Meter unter der Wasseroberfläche deponiert. Die Air Force stellt sicher, dass der Schiffsverband in der neuen Formation bereitsteht. Mit acht weiteren Kähnen bilden die Saratoga und die Nagato einen Kreis, der weniger als zwei Kilometer vom Punkt der Detonation entfernt liegt. Die Nagato galt als unsinkbar. Sie zu vernichten, war für das Militär ein symbolischer Akt der Vergeltung. Die amerikanische Marine wollte die Nagato unter allen Umständen auf den Meeresgrund schicken. Um völlig sicher zu gehen, zog man die Nagato für den Baker-Test ins Zentrum der geplanten Explosion. Man kann sagen, die Marine brauchte den Untergang der Nagato für ihre Propaganda. Und es war eine späte Rache für Pearl Harbor. Die Nagato war das Flaggschiff der Japaner. Von dort aus erteilte Admiral Yamamoto am 2. Dezember 1941 den Befehl zum Angriff. Der Überraschungskuh auf Pearl Harbor endete für die Amerikaner im Desaster. Am 25. Juli 1946 ist Baker Day. In der Lagune des Bikini-Atolls findet der erste Test mit der Unterwasserbombe statt. Eine apokalyptische Weltpremiere. Über zweieinhalb Kilometer schießt der giftige Atompilz in den Himmel. Und endlich bekommt das Propagandaministerium das gewünschte Anschauungsmaterial für die landesweite Wochenschau. Die Wasser- und Dampfwolke aus radioaktiven Substanzen, Staubpartikeln und geschmolzenen Korallen geht als Fallout nieder. Als sich der Vorhang hebt, sind sechs Schiffe von der Bildfläche verschwunden. Der Flugzeugträger Saratoga hingegen hält sich über Wasser. Ebenso wie die Nagato. Die schwimmende Festung sinkt erst in tiefer Nacht. Die Baker-Bombe explodierte mit einer Sprengkraft von 22.000 Tonnen in unmittelbarer Nähe der Nagato. Dass sie erst viele Stunden später unterging, verblüfft die Experten bis heute. Seit Jahren lockt das Wrack Sporttaucher aus aller Welt. Sie lassen sich nicht abhalten von Berichten über schleichende Kontaminierungen, die unter dem Rumpf verborgen sein sollen. Allein die Größe der Nagato ist überwältigend. Als das Schiff sank, ist es auf die Seite gefallen. So kann man das massive Ruder und die riesigen Schiffsschrauben sehen. Einfach unglaublich. Sie haben einen Durchmesser von sechs bis sieben Metern. Die letzten Werte, die Experten im Auftrag der Regierung gemessen haben, stammen aus den 1980er Jahren. Die Verstrahlung gab damals noch immer Anlass zur Sorge. Aktuelle Zahlen fehlen jedoch. Ein neuer Forschungsauftrag existiert nicht. Direkt nach der Detonation aber war der Wert nachweislich sogar lebensbedrohlich. Trotzdem schicken die Befehlshaber ihre Soldaten als mobile Putztruppe auf die verbliebenen Schiffe in der Lagune. Das Militär war überzeugt, die Schiffe könnten einfach mit Wasser und Seife gereinigt werden. Sie wollten die Schiffe sogar wieder mit Seeleuten besetzen. Die Männer mussten an Bord gehen und alles abschrubbeln. Zwar warnten die Wissenschaftler vor der extrem hohen Verstrahlung, sie betrug immerhin das 50-fache der normalen Dosis. Doch das Militär wollte beweisen, dass die Schiffe noch einsatzfähig waren. Befehl ist Befehl. Die Männer hatten keine andere Wahl, als sich der unsichtbaren Gefahr auszusetzen. Offensichtlich wollte die Armee die verheerenden Auswirkungen der Atombombe verharmlosen. Die Treue zum Vaterland bezahlen viele der Bikini-Soldaten mit ihrer Gesundheit. Jahrzehnte später fordert Operation Crossroads noch immer hohen Tribut. David Jordan kommt als 18-Jähriger auf einem Versorgungsschiff in die Südsee. Der Veteran gehörte damals zum nuklearen Reinigungstrupp. Wir haben keine Schutzkleidung bekommen. Wir hatten nur unsere normalen Klamotten und Gummihandschuhe. Das war alles. Wir waren dem Ganzen völlig ausgeliefert. Ein Großteil der Kameraden ist bereits tot. Die meisten sterben an Krebs. Die heimtückische Krankheit hat inzwischen auch David Jordan erwischt. Es ist erstaunlich. Bis 1998 hatte ich überhaupt keine körperlichen Beschwerden. Dann plötzlich bemerkte ich Veränderungen an der Haut. Was sich für ein einfaches Problem hielt, stellte sich dann aber als Krebs heraus. Seit einiger Zeit verschlechtert sich mein Zustand zusehends. Inzwischen haben die Ärzte bei mir drei verschiedene Arten von Krebs festgestellt. Die Behandlungskosten überschleigen schon lange die finanziellen Möglichkeiten des Veteranen. Seit Jahren ringt der kranke Mann mit den Vereinigten Staaten um eine angemessene Entschädigung. Bisher ohne Erfolg. Die zuständige Behörde will nicht anerkennen, dass meine Erkrankung durch die hohe Strahlenbelastung ausgelöst wurde. Sie wollen das einfach nicht eingestehen. Zumindest bis jetzt nicht. Ein Zugeständnis seitens der Regierung scheint aussichtslos. Bekommt David Jordan recht, ist ein Präzedenzfall geschaffen. Tausende Soldaten könnten ähnliche Ansprüche geltend machen. Eine Frage des Prinzips. Auf Wiedergutmachung warten auch die Bikinianer von Majuro. Die Nachbarinsel wird 1946 für viele Familien zum Auffangbecken. Die Menschen hängen am Tropf der USA. Die arme Region bietet nur wenige Arbeitsplätze. Die Prognosen klingen nicht rosig. Den Vertriebenen überweist die Regierung in Washington monatlich 70 Dollar pro Person. Doch damit geben sich die alten Bikinianer nicht zufrieden. Sie möchten zurück in ihre Heimat. Der Amerikaner Jack Needental vertritt die Interessen der Insulaner. Er hofft, dass die Army ihr Versprechen, das Atoll zurückzugeben, endlich einlöst. Die Bikinianer haben bislang 170 Millionen Dollar erhalten. Doch sie wollen nur, dass ihr Atoll von der Strahlung befreit wird. Und das ist noch nicht passiert. Die Amerikaner sagen, hier ist Geld, das muss reichen. Die Bikinianer sagen, nein, das reicht nicht. Gebt uns unser Atoll wieder, und zwar in dem Zustand, in dem ihr es uns 1946 weggenommen habt. Und das ist nicht passiert. Die Forderung der Ureinwohner findet nur wenig Gehör. Zumal ein Bericht des US-Energieministeriums vorliegt. 1967 prüft das Amt den Fall Bikini und kommt zu einem schlichten Resultat. Die Strahlenbelastung, der die bikinianische Bevölkerung bei einer Rückkehr ausgesetzt wäre, stellt keine erhebliche Gefährdung ihrer Gesundheit dar. 139 Auswanderer kehren daraufhin auf das Atoll zurück. Ein kurzer Aufenthalt. Schon bald zeigt sich, der einheimischen wichtigstes Nahrungsmittel, die Kokosnuss, ist radioaktiv belastet. Schon bei der ersten Vertreibung waren wir todtraurig. Nach Jahrzehnten durften wir endlich heim. Und dann mussten wir wieder weichen, wegen des Gifts. Die Amerikaner spielten mit uns Baseball. Sie schubsten uns von einem Ort zum nächsten. Auf dem Forschungsschiff Oktopus holt das Team die Sedimentproben vom Meeresgrund an Bord. Klaus Bunnenberg bereitet sie für den Weitertransport nach Deutschland vor. Seine Untersuchung könnte wertvolle Hinweise auf den jetzigen Zustand des Ökosystems in der Lagune liefern. Und den Bikinianern vielleicht endlich die lang ersehnte Gewissheit über ihre Insel bringen. Dass die Aktivitätswerte dieser Proben jetzt relativ niedrig sind, erkläre ich mir so, dass sie im Kontakt mit Meerwasser waren und die Radioaktivität vermieden.